Adho Mukha Bhada Konasana ist der nach unten schauende, gebundene Winkel. Ausgangsposition kann die Sphinx sein und aus der Sphinx gibt die Fußsohlen zusammen und die Knie nach außen. Du kannst dann die Ellbogen am Boden halten wie in der Sphinx und du kannst auch die Hände auf den Boden geben und wie in der normalen Kobra den Brustkorb noch etwas höher geben. Das kann man auch nennen Adho Mukha Bhada Konasana ist es nämlich auch, wenn du die Fußsohlen zusammenhältst, Knie nach außen und dich dann entspannst mit Bauch und Brust auf dem Boden und die Hände übereinander und Kopf zur Seite. Und nach anstrengenden Rückbeugen ist es manchmal schön in Adho Mukha Bhada Konasana zu entspannen, weil für manche Menschen diese Knieposition nochmal eine andere Dehnung für die Hüftkreuzbeingelenke bringt, die für manche Menschen als Gegenstellung für Rückbeugen hilfreich ist, für manche nicht. In jedem Fall ist Adho Mukha Bhada Konasana etwas Gutes, um die Hüftflexibilität in höherem Maße zu kultivieren, was gut ist für Lotussitz, gebundenen Lotussitz und andere. Weil dies der letzte Dreh dieser heutigen Sitzung ist, wollen wir jetzt noch das Ohm wiederholen.